Die Spannung Die Spannung steigt ins Unerträgliche. Das Teaster-Team hat schon, wie man sieht, graue Haare. Bei manchen sind sie schon ausgefallen. Wir haben jetzt, wer kostet noch mühen, gescheut und die nächste Finalistin hier ins Studio eingeladen, die sich jetzt der breiten Öffentlichkeit vorstellen wird. Neben mir sitzt also das Mädel, was neben Sabrina und neben Elisabeth jetzt auch mit nach Thailand starten wird. Ich würde sagen, dreh dich mal um und stell dich vor. Juhu! Ich bin im Finale! Yeah! Wir kommen, Thailand! Für die Zukunft wünsche ich mir ganz viel Erfolg, dass es weitergeht, dass ich bei Seastar dabei sein darf, weiterhin. Vielleicht sogar den Seastar-Titel bekommen werde. Das wäre ein ganz, ganz großer Traum für mich. Semra ist mit dabei und wird uns in Thailand mit begleiten. Wir werden eine aufregende Zeit hinter uns haben und ihr dürft gespannt sein, was noch kommen wird. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt weiß, dass wer weiter ist noch und dass er zittern muss.